Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder Highlights und zwar von der Solo-Hype-Night vom Freitag, die ich auf EU gespielt habe. Ich habe zwar auch auf anderen Regionen gespielt, allerdings lief es dort nicht ganz so gut und es war tatsächlich endlich mal wieder ein richtig, richtig nicer Cup, wo ich richtig viele Punkte hatte. Und in den letzten Wochen waren ja zum einen die ganzen Hype-Nights ausgefallen in den letzten zwei Wochen und die restlichen Cups waren jetzt auch nicht so extrem krass. Und jetzt endlich mal wieder ein richtig, richtig nicer Cup. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr natürlich das Video bis zum Ende durchschaut und ihr könnt natürlich, wenn ihr auch keine Videos hier mehr verpassen wollt, ein Abo da lassen und unterstützt mich auch auf dem Weg zu den Tausend-Momenten. Außerdem könnt ihr natürlich gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und wenn ihr mich mal live beim Zocken sehen wollt, dann schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich auch ein Follow da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. Kommt der nicht dahin, wo ich gerade war? Oh Mann ey, ich dachte irgendwie, der kommt in meine Richtung. Nein, der kommt dahin, wo ich gerade war. Oh gut, dass ich meinen Slurp-Fisch mitgenommen habe. Ich trage über die halbe Welt meinen Slurp-Fisch, werde angeschossen und jetzt kann ich ihn ins verwenden. Metataktik. Aber auch die ganze Zeit den Slurp-Fisch vorsichtiger werfen. Ja, weil ich dachte, ich würde noch vielleicht irgendwann einen finden. Den war dann aber nicht so. Fuck, aber natürlich hat der die linke Handy-Sniper. Oh, uh. Oh, der hat mich fast gesnipet. Nein, mein Tag war leer. Oh mein Gott. Spiels auf die Uhr, ne? No way. Sein Flug. Der war zu gut. Der war einfach zu gut. Wenn ich das schaffe. Oh mein Gott. Mein Movement ist zu gut. Der Movement. Boah. Oh, ich habe ihn fast bekommen, aber natürlich findet der als nächstes ins eine Shield. Oh, ich feiere irgendwie das. Seit einer Stunde stirbt keiner. No way. Oh, er gibt mir noch einen Hit mit am Ende. What? Die Hitbox ist davon viel zu groß. Ich bin kurz weg. Ich weiß ja übrigens, welche Bildschirme die bei der WM wahrscheinlich. Aha, welche? Alienware, A, W und 258, glaube ich. Ich bin ein bisschen klein, oder? Ja. Ja. Das ist so schlecht, der Gegner. Nein. Ich habe ganz knapp den Kill nicht bekommen. Er muss zu low gewesen sein. Ich gebe ihm 30er und staub ihn ab. Ja, das ist Karma. Deswegen ist es bei den anderen habe ich auch richtig gethirt partied, aber ich habe ihm halt wirklich den kompletten Damage gemacht. Das hätte man nicht mal abgestaubt nennen können. Ich meine es doch auch, dass der eine abgestaubt wurde. Dafür ist es Karma. Ja. Dass du den bekommen hast. Ich habe einen H2-Krack. Ich habe einen H2-Krack. Okay. 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 Boah, let's go, Alter. 7 Kills, 31 Gegner left. Nein, schafft das nicht. Kacke, ich schaff das nicht. Oder? Kommt irgendwie nach Äpfeln aus. No way, Digga. Ja! Oh, nice, let's go, ich wäre sonst gestorben. Oh, richtig, Digga. Mit einer Bandage im Sturm selbst geheilt. Als ob ich das noch nicht gemacht habe. Oh, wichtig. Das ist ein anderer. Oh, my God. No way. Oh, man. Oh, ich gebe ihm ein Fünfziger-Ding. So ein Ding. Er hat mich mit Rocked-Lounge sogar getroffen und ich kill ihn trotzdem. Kennst du diesen weißen Skin, den ich habe in der Dark-Variante? Oh, der Fall ist okay, alles ist gut. No way. Er dingt mich irgendwo durch. Und ich push, wie als wenn ich selbst Mod begehen würde, in die Agency rein. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. nice alter ich schalte auf europa macht nichts weiter und wundere mich warum es nicht los geht vielleicht mal bereit er war er war viel zu krass er war viel zu gut der gegner ich glaube im world cup ich werde so rein suchten und dann auch werde ich mich auch so hart ich gebe ihm double ding mit meiner pistol ihrem pistol alter sie hat mir wirklich das leben gerettet demnächst ich habe zwei leute mit einem pistol genommen hier wurde letztens angezeigt dass demnächst sommer skirmisch sein soll minuten Und die Bute get shitton, shitton. Oh my gosh. Junge, der Typ war soo gut, ne? Aber ich hab das Ding... Bisschen Glück, aber... Aber echt nicht. Oh, schade. Schade, ne? Schade, ne? Nooo!